Jetzt kommt Team Nr. 27. Wie viele Punkte geben wir Ihnen? 1, 2, 3. Außerhalb der Bewertung... Ich möchte mich bei euch jetzt, bevor wir das letzte Fahrzeug hier präsentieren, verabschieden, wir waren zu einem Superpublikum, gebt Punkte. Steigt selber öfters in einen E-Car, wenn ihr die Möglichkeit habt, Probe zu fahren, beispielsweise wenn ihr einen Führerschein macht, dann könnt ihr euch damit beschäftigen, denn die Zukunft sind die E-Autos. 100%ig, wir glauben alle dran in der Welt, wir haben da diesen Spirit und sagen... Wir tragen diesen Gedanken... Wir tragen diesen Gedanken... Und ihr seid eigentlich die Generation...